ARD Text im Auftrag von Funk Applaus 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 Das ist mit der Aufreizeit. 19, 20, 30. Ja, das war schön. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 6-7. 1-2. 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 Der ein. Der ein. Der ein. Der ein. Der ein. Hup! 1-2 3-0 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 1-2 1-2 1-2 1-3 Vielen Dank. 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 Ja! 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 Stopp! Stopp! 4-6 Ja! Ja! Herr Rommel, mit der Strittbekladigung, das ist eben auch schlimmer. Komm mal, schau! Das ist furchtbar, wenn er hinten steht. Der spielt so, der spielt so, der spielt so, der macht nicht mehr. Das hat jetzt schon ein Trainier, das ist schon ein bisschen furchtbar, wenn er spielt. Ja, Herr Rommel, Herr Rommel. Und dann sind Sie, A, in der Kuh frei, und dann gibt es jeden Maltsschnitt oft, dann kann er aber trotzdem bei Ihnen noch. Also meistens, da der Blatt hat mehr Außen drin ist, und es ist furchtbar. Du zweifelst Tough exemple im Publikum sowie das Ausmaßengung. Vomusset Aktion! Ja. ắt Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, schon knapp. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja. 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 Ja.